Willkommen zurück zu Dreadout. Ich, ähm, ja, hoffe wir werden in dieser Woche, äh, in dieser Woche, heute in dieser Aufnahme, ähm, herausfinden wir wieder Schweinen. Ich weiß nicht, ob erledigen oder einfach nur den Schlüssel bekommen. Deswegen renne ich mal hier lang. Ich habe bestimmt irgendwas übersehen. Was ihr bestimmt schon längst gesehen habt. Bestimmt. Oder ihr wisst schon, was zu tun ist. Und ich halt nicht. Ich hoffe, ich finde es heraus. Ähm. Ich weiß halt immer noch nicht, was das so bedeuten hat, dass man dann, ähm, unten, ja, keine Ahnung, diese orangenen Späden sieht. Farben. Oh, jetzt kann die nie mehr laufen. So, hier war ja die alte Oma. Die haben wir ja erfolgreich erledigt. Ja gut, hier, das ist wahrscheinlich die Haupthalle oder was, ne? Ja. Ja, ja. Hier können wir ja nichts machen. Das wird wahrscheinlich dieses, dieser blaue Rahmen, wird dafür sein, dass wir unten halt diese gel- äh, orange Farben sehen. Ja. Okay. 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 auch jetzt mal hier so ein bisschen im kreis krass hier schon hier drin war ich aber noch nicht oder so komischen teppich erinnere ich mich nicht dies hat hier acht guck mal den kennen wir doch hier ist leider nichts soll denn dieser grüne teppich hier soll das so ein rasen inszenieren oder wie oder was warum ist dieser komische teddy bär da ja guck mal diese hier war ich nämlich noch nicht weil ich eben direkt durch die türen gelatscht bin in den räumen ein krankenzimmer unangenehm say no to narkoba ja kann ich leider nicht übersetzen es tut mir leid ja gut und hier komme ich ja dann eigentlich wieder katze was was ist denn mit der katze und was ist denn hier auf dem scheißhaus hier ist doch nix oder die habe ich eben zugemacht auch nix irgendwas im spiegel kann ja auch nichts nehmen ich kann mich nicht bücken ich kann nicht bringen was hinter der türe auch das nicht hier ist nix hier war auch nix hier ist ja auch kein blauer rahmen und nix das ist ein rätsel wahrscheinlich was ich nicht lösen kann gerade mal wieder hier wollen wir auch schon drinnen oh hallo katzi hier ist schon schon sweet willst du mir bitte kannst du mir bitte sagen wo ich hin muss bitte hier wundert mich dass hier nur ein zettel war mit dieser botschaft ja aber pursue oh 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 Das ist hier noch. Da steht der 1983 oder 1883, ich weiß gar nicht. Oh, hier ist noch eine Tür. Oh, da ist Blut. Ist das Blut? Ich frage mich nur, ob das... Oh, nee. Ein kleines Schloss. Ja, aber wie kann ich denn das Schloss wegmachen? Das hatte ich ja eben auch schon. Wie kriege ich das Schloss auf? Fotografieren. Nein, okay. Ich habe immer Angst, Türen aufzumachen. So, jetzt ist die Tür ja auch auf, okay. Aber wie kriegen wir denn die Schlösser auf? Kann ich denn irgendwas hier mit den Gegenständen? Kann ich damit auch immer was, was tun? Ein seltsamer Fingerschmutz. Er vermüßt dich ja Energie pulsiert. Kleines Schloss sichert die Schranktür. Wie kriegen wir das ab? Wie kriegen wir das weg? Kann ja nichts benutzen oder so. Nö. Kann ich leider nicht aufmachen. Ich frage mich, ob wir das irgendwann noch können. Wahrscheinlich mit diesem Schlüssel von dem Schweinchen, ne? So, hier sehen wir ja auch wieder diese ganzen Hinweise. Aber ich kann... Ich kann damit nichts anfangen. Hier sind auch Spuren. Ich kann ja auch nicht runtergehen. Die zeigen mir jetzt so eine Wand. Dahinter ist ja dann... Ist da direkt der Schrank auch dahinter? Nicht rauchen hier drin, ne? Ne, ne, ne. Also, aber... Der Schrank ist ja auch nicht hier auf der Seite. Muss ja auch einen Sinn ergeben, warum ich hier überhaupt raus kann. Aber ich finde den Sinn nicht. Mano. 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 Wir hängen gerade ein bisschen fest, ne? Gehen wir mal wieder runter. Hier oben ist ja anscheinend nichts mehr zu holen. Das war der Raum mit dem Geist. Auch nichts mehr. Das ist die Katze, die da schreit. Was die für eine Funktion hat. Ob die eine hat, keine Ahnung. Ich verstehe halt nicht. Wie kriegen wir diesen Schlüssel von dem Schwein? Gibt uns das hier Auskunft über unser Verfahren? Freak. Aha. Nö. Wir gerade noch nicht. Hier kommen wir nicht rein. Wie können wir das denn lahmlegen? Oh, da ist es... Komm her. Jetzt rennt sie weg. Vielleicht muss ich es irgendwie auch von hinten kriegen oder so. Aber wie denn? Ich habe da jetzt auch nicht wirklich einen Schwachpunkt tatsächlich entdeckt. Und dann rennt... Er rennt dann da durch... Irgendwo durch die Wände und dann ist er weg. Irgendwo da ist er hingerannt. Und ich komme da nicht hin. Achso, das hier ist die Tür. Wo wir eben nicht reinkamen. Das gibt es doch nicht. Kannst du nicht... Kannst du nicht die Tür hier eintreten? Da müssen wir hin. Kind. Und... Oops. Ich wollte ihn nicht. Aber wie kommen wir denn da hin? Hey, wieso war denn jetzt die Tür hier zu? Und die Tür ist auch zu. Da komme ich auch nicht rein. Irgendwie... Das gibt es doch nicht. Ich komme nicht zu diesem Schwein. Stell ich mich jetzt total doof an oder... Vielleicht finde ich ja hier wieder etwas. Geister können sogar unbesiegbar erscheinen. Vorläuft zumindest. Dieser Advergeist ist meist harmlos. Ach, guck mal. Ich kann daher Form annehmen. Okay. Das heißt, das Schwein kriegen wir erstmal nicht kaputt. Kerzen oder so haben wir hier nicht. Sammeln ist die Sammlung vollständig. Werden denn das Fähigkeiten versteckt oder ein geheimer Gegner zum Vorschein gebracht. Ich will keinen geheimen Gegner. Ich will gar keine Gegner. Ich will einfach nur hier rauskommen. Nope. Inventar. Ausrüstung. Wichtige Gegenstände. Dateien. Bleibt irgendwie verschlossen. Trotzdem scheint er der einzige Weg in die Freiheit zu sein. Dann ja auch nur... Hm... 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 Ist verschlossen. Hm... 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 ich gehe mal davon aus dass ich den schlüssel brauche aber ich weiß nicht wie ich weiß nicht hier schon ach so doch klar oder oder ich glaube ich komplett verwirrt oder also doch 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 ja ja aber vielleicht habe ich hier ja irgendwas übersehen möglich ist das Warum diese Musik hier? Warum? Hier ist doch nichts. Und hier kann ich sowieso nichts aufmachen. Ich kann nichts machen. Ich langsam verzweifle ich Hilfe. Mann. Mann. Warum flackert das? Aber was soll ich denn hier machen? Mann. 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 der örtlichen Hochschule musste gestern überraschend unterbrochen werden, als ein ganzes Klassenzimmer voller Schüler plötzlich eine Art Trance verfiel. Um 10 Uhr morgens unterrichtete Frau Astrid nach Stundenplan Geografie in ihrer Klasse, bis aus dem Nichts eine Handvoll Schüler anfing zu schreien und nach ihren Tischen zu treten. Augenblicke später waren auch die restlichen Schüler in Schreikrämpfe verfallen und zeigten auch ansonsten wirres Verhalten. Als sie begann, in fremdartigen Zungen zu sprechen, holte die Lehrerin sofort Hilfe. Der Rektor gab bekannt, dass es sich bei dem Vorfall in der Tat um massenhafte Besessenheit durch übernatürliche Wesenheiten gehandelt habe. Die gesamte Klasse 2a wurde unverzüglich zur Behandlung in das nächste Krankenhaus gebracht. Ein Behandlungsteam kümmerte sich um die Versorgung der Schüler, während ein professioneller Hexendoktor ein Exorzismus durchführte. Augenzeugen sagten, dass alle Schüler gleichzeitig nachmittags gegen 15 Uhr wieder zu Bewusstsein kamen. Creepy. Was ist hier passiert? Warum? Auf einmal vor allen Dingen, ne? Aber ich war doch hier schon. War ich doch auch schon, oder nicht? Doch, 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 doch. Ja, doch, 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 doch. Hä? Was ist das hier für ein Gebäude? War ich hier noch? Da war ich doch schon, also ist, ja, so groß kann das Gebäude doch noch nicht sein. Ich kann nicht mehr reden, ne? Hey, guck mal, das war hier nicht. Das war hier nicht. Meine Augen sind trocken. Hä, ist das nicht wieder die? Das ist nicht wieder die. Ja klar, die hat ein Loch im Rücken. Lass mich fotografieren. Ich dachte, ich hätte die getötet. Siehst du? Die leben noch. Also, ich meine, die leben ja nicht mehr, aber... Aber sie ist weg, okay. Okay. Die Folge, aber so ist das nun mal. Ich würde sagen, in der nächsten Folge schauen wir mal, wie sich die anderen Räumlichkeiten hier verhindert haben, anscheinend. Und ob wir irgendwann dieses dicke Schwein, ja, töten nicht, aber den Schlüssel halt kriegen können. Das sehen wir vielleicht schon in der nächsten Folge. Man weiß es nicht. Bis bald. Bis bald. Bis bald.